ein wunderschönen sonntagmittag ich sagte heute früher habe ich habe ich habe ich gesagt gestern sonntagmittag sonne jetzt muss ich das licht ja auch noch anmachen ich bin heute durch das ist okay oder hab schon muss nicht aufstehen danke du hast es fast wieder ausgemacht ich muss nicht aufstehen sagt sie während ich am lichtschalter bin ich weiß noch nicht wie lange der stream heute gehen ich möchte diesen spielstand laden ja es wird nachher klingeln ich weiß nicht wann dann muss ich ausmachen wenn das in einer halben stunde ist mache ich nur eine pause und stream danach weiter weil das ist eine halbe stunde stream wäre halt irgendwie doof ich habe hoffnungen dass ich vorher eine nachricht bekomme dass es nicht klingelt einfach so sondern wenn ich vorher bescheid weiß es wird nachher klingeln ich weiß noch nicht wann ach bei dir auch so ein zufall warum klingelt es denn bei dir mikro weiß noch nicht wie lange bleiben kann bei ihm klingelt es nachher auch er weiß nur noch nicht wann ich bin nicht toll wenn ich wirklich toll ich bin ich super genau ich bin vor das wort gefragt ob ich da wäre okay ja gut Aua Ich wollte ja auch nur wissen, ob du noch lebst Ich sollte meiner Schwester noch mal schreiben Die ist nämlich ganz doll krank Wann habe ich mit ihr telefoniert? Vorgestern, glaube ich, ne? Gestern, vorgestern, irgendwie sowas Weil ich mit meiner Schwester telefoniert habe Gestern Achso Das war zwei Stunden, meinte er Er wären zwei bis drei Stunden da Also quasi jetzt irgendwann Ja, das geht nicht, Mikro, das geht nicht Sag ihm, er muss sich Zeit lassen Sag ihm, er hat noch zwei Stunden zu brauchen Die machen viel zu viel Schaden Ich wollte es nur erwähnt haben Töte es, Radöte es Aua Töte es So, bevor ich weitergehe, ich sollte heilen Dringend, ganz, ganz, ganz dringend Ich benutze meine Tränke dafür Ich glaube, wir werden noch sehr oft so heilen müssen So Komm ich denn hier lang? Hallo, geht es irgendwo auch lang? Ah, ich glaube, da ist eine Treppe Ihr habt keinen Spielsound? Und, warum sagt ihr denn nix? Ich hab Spielsound Soll ich summen? Der hat geklingelt Nein, schick ihn wieder weg! Oh, ihr könnt auch zu zweit gucken Das ist kein Problem Ich glaube, ich bin schon wieder Soooood Items Habe ich eine Phönixfeder? Ja, natürlich habe ich Phönixfeder Hier Okay, 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 okay Aber ich muss sagen Irgendwie sind hier nur diese komischen Reiter Kann das sein? Blub, ich gucke mir nochmal deine Ausrüstung an Ich will keine zweite Axt für dich Ich finde das schon nicht ganz gut Mit zwei Schwerter Tackel runter Abwehr hoch Du brauchst das, Blub Du brauchst das You need this? Noch ein besseres Schwert für dich? Nee, ne? Nee, die guten Schwerter hat alle ran Bössere Axt? Ich glaube nicht Nop Na gut Da ist die Treppe Treppe, 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 Treppe Das sind keine Ritter Ich finde es aber nicht gut, dass ich stun Du machst das, Blub Los, Blub, rette uns Aua Los, Blub, rette uns Sei ein guter Bruder Sei ein guter Bruder Na toll Das könnte jetzt wehtun Stefan, danke für den Raid Hallo Wie geht's euch? Entschuldigung Ich hab das Gefühl Ihr könnt mir jetzt beim Sterben zugucken Oh Gott, ran darf sich bewegen Tu was, ran Tu was Geh weg Nein So Ich hoffe euer Stream war gut Was habt ihr gespielt? Oh Geschafft Okay, ich heil mich nochmal Nee, nicht Magie Danke Okay Nämlich keine Lust auf die Blöden weiter Warte mal Da geht noch was Okay Wir schaffen das Die Flipperautomaten Au Au Dies blöden Todesritter Oh Gott sei Dank Er ist tot Huh Glückhaft Okay 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 Und heilen Das könnte ja ein Spaß werden Ich hoffe in der nächsten Etage kommen die weniger Ich muss Mana sparen Okay Die sind neu Und günstig Sehr ungünstig Mikro Dein Job Mikro Dein Job Wow Der Angriff hat mich irgendwie enttäuscht Das war ja Irgendwie öde Okay Mikro mach einfach nochmal Es macht mehr Schaden als wenn du so drauf haust Es lebt noch Ich muss sagen Vom Schaden her Ist es aber okay Besser als die Todesritter Die Mantis sind auch noch okay Aber die Stun Das ist Nicht so geil Ach nö Gerade du machst die Todesritter Ich helfe dir Blub Äh Mikro Mach den Golem Und blub Da hat mich auf den Todesritter Verdammt Na ja klar Au Zumal braucht ran Beide Schwerthebe Und mehr Und manchmal macht er die einfach wund Irgendwas stimmt da doch nicht ran Irgendwas stimmt da bei dir Ganz und gar nicht Na guck Lies mal Hätt ich Blub heilen sollen Ach das geht schon Völlig okay Geschaffen Ich doch Du bitte lass ich meinen Hauptverkehr anleiten Ah Okay So Nein Ich muss hier die Treppe hoch Oh Gott Oh nächstes Stockwerk Ich sehe eine Kiste Sag mal Ich kann doch Bestimmt Einfach mal Andere Zauber testen Und gucken was passiert Nö das war jetzt nicht so geil Arschi Au Au Du Blub tut das am meisten weh Der hat viel zu wenig Leben Ähm Ne Angriff Magie Versuchen wir es doch mal mit Blitz Sieht besser aus So nächstes Opfer Und wie sieht es mit Eis aus Und wie sieht es mit Eis aus So Oh Tschacke Oh ist schon tot Okay Ähm Heilen Was sagt denn die Karte Da ist eine Kiste Und da hinten geht es hoch Auch zur Kiste Ist bestimmt eine Falle Aber ist egal Ich will meinen Loot Alles für den Loot Okay Völlig schön Dass ich hier so ultra viel Geld bekomme Und ich das eh nie wieder ausgeben kann Ich weiß es Das geht nicht Äther erhalten Keine Falle Ich Ich habe eindeutig Mit einer Falle gerechnet Oh toll Todesritter So Weiter geht's Trübe runter Und sie dann wieder hoch zu gehen Also eine andere Aber trotzdem Oh no Oh Oh nein Oh Glück gehabt Oh nein Gute Nacht Da war was Wenn man denkt Verführen wäre schon schlimm genug Nein Dann kommt das Einschläfer Oh 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 Es sind wieder mehr Leute wach Juhu Glück gehabt Okay Oh no Ich sehe das schon Die mögen mich Was kommt weniger Todesritter Das ist schön Hauptsache weniger Todesritter Noch freue ich mich Und nächste Etage Kommen dann nur noch Todesritter Und schnell weg Okay Die Säulen Coolen Oh Gott Oh Gott Was ist das für ein Labyrinth Oh guck mal Du hast ne Kiste Wenn ich runtergehe Komme ich zur Kiste Okay Und dann muss ich Wieder hoch Und Guck mal Okay Erst die Kiste Blut ist wichtig Blut braucht man immer Und wenn es Endgame ist Ist egal Kurz vorm Endpost Ist egal Da war was Ich erinnere mich Oh Gott Sorry Mikro Ich kann mich nicht heilen Ich muss die Viecher töten Ah One hit Mäst Viecher Okay Ein Schaden Tod Null Schaden Aber sie haben trotzdem getroffen Tod Wo ist denn Das Zeug habe ich eigentlich dabei Zu viel oder Nee Man kann nicht zu viel haben Zu viel geht nicht Überladen ist völlig okay Aber der Rest Nee Nee Jetzt war's ne Stopp Todesritter Todesritter Anderer Todesritter Jetzt auf den Golem Und greift auch den anderen Todesritter an Bebe Das war ja ein kurzer Besuch Du Au Boah Alter Das Gefühl Die machen mit jeder Ebene mehr Schaden Ich bin der Todesritter Ich mache alles Tod 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 Nein Attacke Töten Sondern auf der Durchkrause von Köln nach Hamburg Hatte der Raumzugskartons vorbeigebracht Uuuuuh Praktisch Ich habe gehört Ihr braucht sowas Barbar So barbarisch Mit den schlechten Witzen aufhören Oder Also die schlechten Wortwitze So Ne Ja Ja Ich sehe schon Ich sollte es lassen Und weiter geht's So ich habe gesagt Hier lang Und dann Rechts Und runter Hey Nein Auf den Golem Und du auf den Todesritter Und dein Todesritter lebt noch Oh Das war knapp Jetzt wo er sie nicht mehr brach Habe ich sie gebrochen Das stimmt Oh der ist auch so Ja Wüsste ich Alle ziehen sie um Alle ziehen sie um Ich bin froh dass ich es hinter mir habe Buddy Money 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 Nein Oh toll Ok Ne nicht Feuer Äh wo 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 Da unten ich habe immer so mega trockene lippen es ist winter da habe ich immer trockene lippen tage blitz blitz attacke ich hatte 404 der berühmte er auf 404 ich sollte wirklich damit aufhören nein niemals ihr müsst das einfach ertragen flüchten ist auch nicht mehr also ihr müsst es ertragen ich mache einfach zu und nicke das ist völlig akzeptabel wussh